Es ist eine große Auszeichnung auch für uns, wenn wir wirklich als Trainingsregion für ein Langlauf-Team ausgewählt werden und auch ein bisschen der Beweis für unsere Arbeit in den letzten Jahren, uns in Sachen Langlauf weiterzuentwickeln. Ganz ganz wichtiger Punkt auch und nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Wir haben ja also neben unseren Langlaufläuten im Winter auch im Sommer für mich die schönsten Rollerstrecken, nämlich direkt am See. Die Bedienungen sind hervorragend. Die Aachensee-Region ist ja eine Region des nordischen Sportes und nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Wir haben hervorragende Möglichkeiten zum Skirollern und der Tourismusverband hat mich in allen Richtungen perfekt unterstützt, wie immer, wenn es um einen neuen Sport geht. Wir haben auch hier Top-Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten mit dem Rollerski. Im Winter können wir auch mit den Leuten trainieren und wir haben auch Flach und Gefälle, also alles Mögliche, was man so braucht für Olympia. Die Bewegung ist sehr ähnlich, also es ist wie ein Ski mit Rollern. Hier im Nachhensee haben wir eine sehr gute Möglichkeit zu trainieren und eine bessere Technik aufbauen. Wir bieten ihnen die perfekte Infrastruktur, nämlich mit diesen Rollerstrecken, also das sind tolle Asphaltstrecken direkt am See. Und nicht zuletzt also auch einen sehr guten Trainer mit dem Peter Schwandl, der betreibt eine der Langlaufschulen am Aachensee und ist somit prädestiniert, um ihnen den letzten Feinschliff zu verpassen. Der olympische Gedanke dabei sein ist alles. Es steht im Vordergrund, aber natürlich auch gerne eine Medaille. Als Patriot muss ich natürlich sagen, die Silbermedaille, weil Gold wäre dann für Österreich reserviert, aber Scherz beiseite. Einfach einen tollen Auftritt. Mir fällt da einfach ein bisschen Cool Runnings ein. Und wenn es nach diesem Motto läuft, dann werden sie sehr erfolgreich sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.